Hallo Freunde von Dr. Bott, dieses Part 2 von meinem wunderschönen kleinen See. Ja, ich wollte eigentlich nur noch mal eine Info zu diesem See geben. Der ist früher mal wirtschaftlich genutzt worden, zu DDR-Zeiten, und ist jetzt irgendwie sich selbst überlassen worden. Hat, glaube ich, noch einen kleinen Zulauf zum Blauer See. Ich musste gerade feststellen, dass er immer mehr verkrautet, also sehr, sehr flach ist. Und, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, aber es ist sehr schlecht hier auszuwerfen. Ich habe es jetzt geschafft, meinen Wackler ziemlich weit raus zu feuern. Mal gucken, ob da was geht. Letztes Jahr habe ich hier eine schöne, oder vielmehr meine erste Schleie gefangen. Sie war nicht groß, aber es war eine. Ja, das nochmal zu diesem wundervollen Fleckchen. Bis bald, euer Dr. Bott.